Hey hey und herzlich willkommen zur ersten Episode aus der Playlist Rechnen mit Vektoren. Beginnen möchte ich in diesem Video mit der wahrscheinlich einfachsten aller Rechenoperationen, der vektoriellen Addition. Dazu gucken wir uns nochmal an, wie du im Laufe deiner mathematischen Karriere die Addition von reellen Zahlen an der Zahlengeraden kennengelernt hast und übertragen die Ideen fix und unkompliziert auf die Vektorrechnung. Unabhängig, ob es zweidimensional oder dreidimensional ist. Und wenn du dann die geometrische Interpretation der Addition verstanden hast, dann, glaube mir, ist auch klar, wie du Vektoren rechnerisch addierst. Also, auf geht's. Blicken wir mal ein paar Jahre zurück und auf zur Frage, wie man diese Additionsaufgabe an der Zahlengeraden löst. Zur Übersicht legen wir für jeden Summanden 2 und 3 und für die Summe 5 eine eigene Gerade an, auf der wir die Zahlen durch diese einfachen Pfeile darstellen können. Addieren, vergrößern, hinzufügen oder vermehren. Im Prinzip muss man zu der 2 in Rot einfach noch den gelben Pfeil der 3 hinten ranhängen und schon landet man bei dem richtigen Ergebnis. Dasselbe im zweiten Beispiel, minus 5 plus 2. Auch hier muss der Pfeil des zweiten Summanden ans Ende des ersten gelegt werden, um zur Lösung minus 3 zu gelangen. Und selbst wenn die Zahl, die wir hinzufügen, negativ ist, bleibt das Schema dasselbe. Du schnappst dir den zweiten Summanden in Gelb und verschiebst ihn ans Ende des ersten Summanden in Rot. Unabhängig davon, welche Zahlen dann nun genau addiert werden, kann man sich mit dieser einfachen Regel die Addition sehr gut vorstellen. Die Pfeile werden einfach aneinander gehängt. Nach diesem kleinen Ausflug dann aber zurück zu den Vektoren, bei dem der erste die Koordinaten 4 und 3 besitzen soll. Dieser Vektor verschiebt bekanntlich einen Punkt um 4 Schritte in x und um 3 Schritte in y-Richtung, ausgedrückt durch diesen Pfeil hier. Bedenke aber, dass der Vektor nicht unbedingt im Koordinatenursprung beginnen muss bzw. der Vektor nicht an einen festen Start und Endpunkt gebunden ist. Der Vektor verschiebt auch diesen Punkt hier um 4 Schritte nach rechts und 3 Schritte nach oben. Und nichts besonders an diesem einen. Im Endeffekt verschiebt der Vektor tatsächlich jeden Punkt der Ebene um genau diese Koordinaten. Nimmst du dir noch einen zweiten Vektor hinzu, z.B. diesen hier mit den Koordinaten 1 und –2, dann werden auch durch diesen Vektor alle Punkte der Ebene um einen Schritt nach rechts und 2 Schritte nach unten verschoben. Die Addition beider Vektoren entspricht nun der hintereinander Ausführung dieser Verschiebung. Zuerst werden alle Punkte entlang des Vektors A verschoben, anschließend entlang des Vektors B. Insgesamt erhältst du damit ausgehend vom Start des Vektors A einen neuen Vektor C, den man als Summe aus Vektor A und Vektor B bezeichnet. Dessen Koordinaten dürfen wir hier jetzt einmal fix ablesen. Das sind 5 Schritte in x-Richtung und 1 Schritt in y-Richtung. Und insbesondere diese letzte Verschiebung hier. Sie rechtfertigt, dass man den Vektor B tatsächlich einfach nur parallel ans Ende des roten Vektors verschieben muss, um zum Summenvektor zu kommen. Also ziemlich genauso wie auf der Zahlengeraden. Gucken wir uns das nochmal an einem zweiten Beispiel an. Dieses Mal mit den Vektoren 4 und 1 sowie –1 und 2. Bei der Addition musst du den zweiten Summanden, also den Vektor B parallel ans Ende von Vektor A verschieben, einfach hinten ranhängen. Vom Startpunkt bis Endpunkt, das ist der Summenvektor C, hier mit den Koordinaten 3 und 3. Eine Frage müssen wir wohl aber doch noch beantworten. Wie berechnet man denn nun eigentlich die Summe aus zwei Vektoren? Naja, wahrscheinlich doch genauso, wie du es vermutest, wenn du dir die Summanden und den Summenvektor genauer anguckst. Insbesondere, wenn du jede Koordinate für sich betrachtest. Beispielsweise die x-Koordinate. Um auf die 5 rechts zu kommen, musst du lediglich die x-Koordinaten der Vektoren A und B addieren, also 4 plus 1. Das gleiche in der y-Koordinate. Die 3 von Vektor A und die –2 von Vektor B. Beide zusammen addiert ergeben die y-Koordinate des Summenvektors. Und was vom Gefühl her richtig erscheint, das macht übrigens auch geometrisch mega Sinn. Denn wenn Vektor A vier Schritte nach rechts geht und Vektor B nochmal einen draufsetzt, ja dann, dann muss doch der Summenvektor am Ende fünf Schritte in x-Richtung gehen. Und dasselbe bei den y-Koordinaten. Vektor A geht 3 nach oben, Vektor B 2 nach unten. Bleibt am Ende für den Summenvektor noch ein Schritt nach oben übrig. Egal also, ob die Vektoren zweidimensional oder dreidimensional sind. Addiert werden zwei Vektoren, indem man die Komponenten beider Vektoren addiert. Man spricht daher auch von einer komponentenweisen Addition. Und apropos dreidimensional. Rechnerisch und geometrisch funktioniert im dreidimensionalen alles genauso wie im zweidimensionalen. Auch hier wird der zweite Summand, der Vektor B, parallel ans Ende des Vektors A verschoben und von Start zu Endpunkt, der Summenvektor, gebildet. Zwei Anmerkungen habe ich noch für dich, die du zur Addition der Vektoren unbedingt wissen solltest. Nochmal zurück zur Entstehung des Summenvektors. Wenn du da genau hinschaust, um an der blauen Pfeilspitze zu landen, musst du nicht den gelben Vektor ans Ende des roten Vektors hängen. Genauso gut hättest du auch den roten Vektor ans Ende des gelben verschieben können. Während du beim oberen Weg Vektor A plus Vektor B, also zuerst entlang von A und dann in Richtung B verschiebst, geht's beim unteren genau anders herum. Vektor B plus Vektor A. Offensichtlich ist es aber bei der Addition egal, in welcher Reihenfolge du die beiden Vektoren aneinanderhängst. Mit anderen Worten, bei der vektoriellen Addition darf man die Summanden vertauschen. Ein Gesetz, das du in den vergangenen Jahren als Kommutativgesetz kennengelernt hast. 2. Häufig wird beim Summenvektor von der Diagonale eines Parallelogramms gesprochen. Nämlich jenes, welches von den Vektoren A und B aufgespannt wird. Das kann man sich doch irgendwie relativ gut vorstellen, oder? Tja, und das sind sie dann auch, die beiden wichtigen Aspekte der Vektor Addition. Geometrisch entsteht der Summenvektor, indem du den zweiten Vektor ans Ende des ersten verschiebst und den Summenvektor von Start bis Endpunkt zeichnest. Rechnerisch geht's genauso leicht, durch die komponentenweise Addition darfst du einfach die Koordinaten beider Vektoren addieren. Addition Vielen Dank.